so hallo liebe leute damit herzlichst willkommen hier zu kamulator informiert ja mein minecraft server ist down und das ist natürlich auch logischerweise der grund warum es derzeit bei minecraft feed the beast leider keine videos gibt ja was ist geschehen und zwar ich habe mich versucht nein was heißt versucht ich war kurzzeitig auf der welt etwas unterwegs habe müssen was ausprobiert in bezug deko arbeiten müssen auch super funktioniert und ich habe mir gedacht mensch warum sonst das alleine machen machen abend einfach mal eine aufnahme dazu abends war es dann so dass ich zwar noch auf den server gekommen bin aber jedes mal runtergeschmissen worden bin dann habe ich natürlich mal server neustart machen wollen und habe dann aber gleich bei rock server gelesen dass es probleme gibt mit diesem halloween update das bei minecraft einfach da ist da kommen dann so spezielle zombies und da muss man die einfach die spawn rate beziehungsweise man muss halt so einstellen dass die monster nicht mehr spawnen das habe ich getan und ja leider hat die welt einen schaden davon getragen es haben einige chunks gefehlt nach ein paar neustarts ist es nicht besser geworden also habe ich gedacht gut okay warum macht man sich backups wenn man sie nicht nutzt also habe ich ein backup aufgespielt und ja jetzt natürlich das tolle das ganze ist irgendwie nicht gut gegangen der support ist zwar noch dabei zu schauen was da noch zu richten ist informationen von denen selber hieß auch nur ja es ist ein backup bug den es wohl gibt wie es jetzt weitergeht weiß ich nicht ich warte eigentlich jetzt seit zwei tagen schon auf eine antwort von denen ja da bleibt jetzt einfach mal abzuwarten wie es weitergeht ich hoffe natürlich die 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 kriegen die welt wieder hin ich mein hallo wozu bietet man den dienst dann backups automatisch machen zu lassen um hinterher dann zu sagen wenn man das backup braucht es geht nicht also ja ich bin guter dinge dass das im laufe der woche hoffentlich gut geht ja dann das neueste projekt cobble space programm ich habe mir gedacht ich mache das wie folgt drei folgen die ich am stück aufnehmen dann mache ich zwei bis drei tage pause und dann wieder drei folgen am stück ich denke das ist ein guter mix weil so lang geht das spiel auch nicht und wenn wünsche oder sonstiges dabei sind kann ich gut drauf reagieren mal schauen vielleicht erhöhe ich auch die rotation jetzt noch in nächster zeit so lange bis minecraft wieder weitergeht ich schaue mal nach wie es weitergeht dann das nächste warlocks master of a cane ist im eigentlichen sinne schon fertig da kommen jetzt noch ein paar folgen ich glaube bis 70 geht sie definitiv und danach ja wie soll es weitergehen entweder ein nennt man das jetzt rollenspiel ist gorgi 17 ein rollenspiel gute frage nächste frage also entweder ein so in der art von xcom man hat halt eben seine runden für seine leute und muss sich durch eine story line durch prügeln die ich an der stelle jetzt mal nichts sage für die leute die es nicht kennen ich finde das spiel einfach klasse oder wollt ihr endless space sehen also diese zwei möglichkeiten habt ihr endless space oder gorgi 17 lasst mir einfach mal ein kommentar da ansonsten müsste ich halt am ende eine münze würfeln würfeln vor allem wie würfelt man eine münze ich weiß es nicht wirklich eine münze werfen natürlich okay das war es an dieser stelle vielen vielen herzlichen dank fürs zuhören und ich hoffe doch sehr wir schaltet bei einem der let's play projekte mit ein in diesem sinne baba